Die größte Bande Österreich, ja, ist in Städtel darf zu Hause, ja, ist in Städtel darf zu Hause, ja, ja, sogar am Tennisplatz, sogar, am Tennisplatz, ja, da geh ich, ja, hier, da, da, spazieren, ja, so viel Garner, was ich hier sehe, ja, ich kann's meinen Augen gar nicht glauben, ja, aber es ist wirklich wahr. Ja, hier sind so viele Leute, ja, die leben von mein Geld, doch, ja, von mein Geld, ist doch klar, der Räuberhauptmann hat es verteilt, so, ja, ja, der Räuber-Bandern-Chef, ja, ja, hat viel Geld verbreitet, ja, jeder sein Freund, der ist ja klar, kriegt ein Geld von ihm, das ist doch klar. Ja, der Räuberhauptmann, ja, verteilt mein Geld, das ist doch klar, ich kann immer nur zusehen, ja, wie er mein Geld verbrennt, ja, ja, ein Städtel darf am Tennisplatz, ja, da sind so viele Garner, ja, da kannst du ja gar nicht glauben, ja, aber es ist wirklich wahr. Bis zum nächsten Mal.